Nachdem ihr euer Artresen gut durchmischt habt, hat man ca. 45 Minuten bevor es zu härten anfängt. Sobald man fertig gemischt hat, sollte man es sofort verwenden. Artresen braucht 24 Stunden bis es trocken ist und ist nach 72 Stunden komplett kuriert. Härtezeit wird von der Temperatur beeinflusst. In wärmere Temperaturen härtet es schneller, in kältere langsamer. Die ideale Temperatur für Artresen und ihr Raum ist 25 Grad. Wenn ihr Zimmer zu kalt ist, könnt ihr es länger brauchen. Es kann aber auch klebrig bleiben oder gar nicht kurieren. Falls das passiert, findet eine wärmere Stelle oder erwärmt das Zimmer. Falls euer Artresen kalt ist, könnt ihr die ungeöffneten Flaschen in ein heißes Wasserbad erwärmen. Seid vorsichtig, dass kein Wasser in euer Artresen kommt, sonst könnte es opak trocknen. Achtet darauf, dass warmes Artresen 10 zu 15 Minuten schneller zu trocknen beginnt. Kann man die Härtezeit verringern? Es ist möglich mit Hitze. Bei 30 Grad oder mit Hitzelampen kuriert Artresen schneller. Wichtig ist, dass für die ersten 24 Stunden die Temperatur gleich bleibt. Sonst könnte es zu Unebenheiten führen. Das Mischverhältnis bleibt immer 1 zu 1, sonst könnte es gar nicht trocknen. Nach 24 Stunden kann man das Stück schon angreifen und handeln. Falls ihr es transportiert, wartet bitte die ganzen 72 Stunden, denn es kann noch verbeult oder markiert werden.